Die Bibel in einem Jahr, Tag 164. Dein Land kann verändert werden. Zehntausend Prostituierte gingen auf Londons Straßen ihrem Gewerbe nach. Saufgelage und Glücksspiel waren an der Tagesordnung. Das Vereinte Königreich des 18. Jahrhunderts war dekadent und unmoralisch. Die Zahl der Gottesdienstbesucher sank drastisch, wie auch in den vergangenen Jahrzehnten. Teile der Kirche waren praktisch zum Heidentum zurückgekehrt. Und doch wandelte sich das Land. Die Predigten von Wesley und Whitefield begannen langsam Wirkung zu zeigen. Tausende Menschen wurden von ihrer Botschaft angesprochen und begegneten Jesus. 1780 eröffnete Robert Rakes die erste Sonntagsschule. Sie fand viele Nachahmer und so wurden binnen fünf Jahren 300.000 unkirchliche Kinder erreicht. 1910 besuchten 5.668.760 Kinder eine Sonntagsschule. Gott berief Wilberforce, Shaftesbury und andere. Es wurden nicht nur die Herzen einzelner Personen verändert, sondern die Nation als Ganzes. Heute verändert sich die Welt, in der wir leben, schneller denn je. Die vergangenen 25 Jahre brachten unglaubliche Veränderungen in Politik, Wirtschaft und Technik mit sich. Weltweit finden in vielen Ländern massive Veränderungen statt. Wie kann das geistliche Klima unserer Nation verändert werden? Wer den Herrn ehrt, lebt sicher und geborgen. Auch seine Kinder finden Zuflucht bei ihm. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine Quelle des Lebens. Sie bewahrt vor tödlichen Fallen. Wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Doch der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerfressen. Wer den Armen unterdrückt, verhöhnt dessen Schöpfer. Wer dem Hilflosen beisteht, der ehrt Gott. Gerechtigkeit macht ein Volk groß. Doch Sünde ist für jedes Volk eine Schande. Friedliche Menschen Der Verfasser der Sprüche schreibt, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, die Sünde aber ist für jedes Volk eine Schande. Sünde zerstört ein Land. Gerechtigkeit macht es stark. Gerechtigkeit beinhaltet eine Reihe gesunder Beziehungen. Erstens, Frieden mit Gott. Gerechtigkeit beginnt damit, dass wir Frieden mit Gott schließen. Sie beginnt mit Ehrfurcht vor dem Herrn, im Sinne eines gesunden Respekts vor Gott. Wer den Herrn achtet, lebt in Sicherheit. Er wird auch seinen Kindern eine sichere Zuflucht sein. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine lebensspendende Quelle. Zweitens, Frieden mit anderen. Soweit es an dir liegt, so hab mit allen Menschen Frieden. Gesunde Beziehungen zu anderen Menschen sind gekennzeichnet von gerechten Worten und Taten. Unsere Worte sollen wahr sein, nicht irreführend, denn ein ehrlicher Zeuge rettet Leben. Unseren Taten soll man anmerken, dass uns das Wohlergehen des Anderen am Herzen liegt. Sei geduldig, nicht jähzornig. Freundlich zu den Bedürftigen. Wer den Armen unterdrückt, beleidigt seinen Schöpfer. Wer aber dem Armen hilft, ehrt Gott. Freue dich über kluge Menschen. Um gerecht sein zu können, müssen wir mit uns selbst im Reinen sein. Diesen Frieden gibt es. Ein ausgeglichener Sinn erhält den Körper gesund. Wut, Unversöhnlichkeit, Neid und Eifersucht können körperliche Auswirkungen haben. Dich von den negativen Dingen im Leben frei zu machen. Frieden im Herzen zu finden, ist gut für deine Gesundheit. Letztlich kommt dieser Friede daher, dass du zufrieden sowohl mit deiner Gegenwart als auch deiner Zukunft bist. Denn die Gottesfürchtigen haben selbst im Tod noch eine Zuflucht. Wer Gott ehrt, für den ist Gott sowohl in der Gegenwart eine Zuflucht als auch in der Zukunft. Herr, ich bete, dass unser Land sich dir wieder zuwendet. Dass der Name des Herrn wieder in Parlament, Regierung, in den Schulen und Gerichten geehrt wird. Hilf uns, uns besser um die Armen zu kümmern und den Bedürftigen freundlich zu begegnen. Die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen verkündeten überall die rettende Botschaft von Jesus. Einer von ihnen war Philippus. Er kam in eine Stadt in Samarien und verkündete den Menschen dort, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist. Die Einwohner hörten ihm aufmerksam zu. Alle waren beeindruckt von seinen Worten und von den Wundern, die er wirkte. Böse Geister wurden ausgetrieben und verließen mit lautem Geschrei ihre Opfer. Es wurden auch viele Menschen geheilt, die gelähmt waren oder andere körperliche Gebrechen hatten. Darüber herrschte große Freude in der ganzen Stadt. Als nun die Apostel in Jerusalem davon hörten, dass die Leute in Samarien Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Die beiden Apostel kamen in die Stadt und beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen Heiligen Geist schenken möge. Denn bisher hatte keiner von ihnen den Geist empfangen. Sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Als ihnen die Apostel nach dem Gebet die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. Simon hatte dies alles gesehen. Da bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, Verhelft auch mir dazu, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist bekommt. Doch Petrus wies ihn zurecht. Fahr zur Hölle mit deinem Geld. Denkst du wirklich, dass man Gottes Geschenk kaufen kann? Wirksames Predigen Die Urgemeinde bestand aus Menschen wie dir und mir. Und trotzdem veränderten sie die Welt. Die ganze bekannte Welt wurde durch Jesu Tod und Auferstehung und die Ausgießung des Heiligen Geistes verändert. Die Apostelgeschichte erzählt davon. Wo sie hingingen, verkündeten sie die Botschaft von Jesus. Sie predigten sowohl zu großen Menschenmengen als auch zu einzelnen Personen wie Simon dem Magier oder dem äthiopischen Schatzmeister. Sie predigten das Evangelium in Städten und Dörfern. Philippus predigte einer ganzen Stadt in Samarien. Petrus und Johannes predigten das Evangelium in vielen anderen Ortschaften Samariens. Ihr Predigen war begleitet und wurde verstärkt durch drei Faktoren. 1. Verfolgung Alles begann mit Verfolgung. Die über das Land zerstreuten Christen zogen umher und verkündeten die Botschaft Gottes. Die Zerstreuung brachte großen Segen. Überall, wo sie hingingen, erzählten sie von Christus. Immer und immer wieder in der Geschichte der Kirche haben Verfolgung und Widerstand zu unerwartetem Wachstum geführt. Wir lassen uns schnell von Rückschlägen entmutigen, aber hier werden wir erinnert, dass Gott diese Umstände in erstaunlicher Weise zu nutzen vermag. 2. Gebet In dem Abschnitt sehen wir auch, wie wichtig Gebet ist. Petrus und Johannes beteten für die Samariter, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt würden. Simon war ein berüchtigter Magier, der alle mit seinen Zauberkünsten verblüffte. Die Leute aßen ihm förmlich aus der Hand. Er kam zum Glauben und ließ sich taufen, aber lief weiter in seinen alten Wegen. Er wollte den Heiligen Geist kaufen. Petrus war unbeeindruckt. Simon erkannte, dass nur Gott ihn retten kann und bat Petrus, für ihn zu beten. 3. Kraft Die frühe Kirche war gekennzeichnet von enormer Wirksamkeit. Die Menge hörte Philippus bereitwillig zu und sie sahen auch die Wunder, die er tat. Viele böse Geister wurden ausgetrieben und fuhren mit lautem Geschrei aus. Außerdem wurden viele Menschen geheilt, die gelähmt oder verkrüppelt gewesen waren. Sie verließen sich vollkommen auf den Heiligen Geist. Philippus' Begegnung mit dem Äthiopier war kein strategisch geplantes Treffen, sondern der Heilige Geist sagte zu Philippus und so weiter. Infolge seines Gehorsams kam der Äthiopier erstaunlicherweise zum Glauben, was bis zum heutigen Tag Auswirkungen auf ganz Äthiopien hat. Die Kirche, die damals ins Leben gerufen wurde, existiert heute noch. Der Heilige Geist bewirkt Veränderung. Er kann ein Land verändern. Diese Veränderung beginnt, wenn sich das Leben von Menschen verändert. Deshalb ist es interessant, sich mal genauer anzusehen, was sich bei dem Äthiopier änderte. Zunächst bereitete Gott sein Herz auf die Begegnung vor. Der Äthiopier gibt seine Unwissenheit ehrlich zu. Er sucht nach Antworten und ist nicht zu stolz, um Hilfe zu bitten. Es ist keine Schande, nicht alles zu verstehen, was wir in der Bibel lesen. Es ist klug, sich von vertrauenswürdigen Menschen helfen zu lassen oder in Bibelkommentaren nachzulesen, damit du das Gelesene auf dein Leben anwenden kannst. Zweitens wirkt der Geist Gottes durch Gottes Wort. Während der Äthiopier im Buch Jesaja liest, findet er erste Antworten. Es kommt häufig vor, dass der Heilige Geist Menschen benutzt, dass sie anderen helfen zu verstehen, zu erklären und anzuwenden, was in der Heiligen Schrift steht. Und genau das passiert hier. Beginnend bei Jesaja 53 erklärt Philippus ihm die gute Botschaft von Jesus. Der Heilige Geist verwandelt das Herz des Äthiopiers so vollkommen und radikal, dass er sofort glaubt und getauft werden möchte. Keiner vermag mehr Veränderung zu bewirken als der Heilige Geist. Während Davids Regierungszeit brach im Land eine Hungersnot aus, die drei Jahre dauerte. Leidenschaftliches Gebet Die Kämpfe in Davids Leben wollen kein Ende nehmen. Im heutigen Abschnitt folgen die nächsten beiden. Da ist zunächst ein Unruhestifter namens Sheba. Es düngt wie ein Echo des Ärgers mit Absalom. Das Volk Israel scheint ausgesprochen wankelmütig zu sein. Da sagten sich alle Israeliten von David los und schlossen sich Sheba an. Der Herr schenkte David den Sieg über Sheba, aber die nächste Schlacht wartet bereits hinter der nächsten Ecke. Drei Jahre lang herrschte eine Hungersnot. Als die Lage im Land immer kritischer wird, befragte David den Herrn deswegen. Manchmal braucht es eine richtige Katastrophe, dass wir auf die Knie gehen und beten. Gott redete zu ihm, während er betete. Er band Israel an den Vertrag, den sie mit den Gibeonitern geschlossen hatten. Trotz eines Versprechens hatte Saul versucht, sie auszulöschen, doch die Schwüre, die wir Gott leisten, sind ernst zu nehmen und können nicht einfach gebrochen werden. Die heutige läufigsten Eide werden bei Trauungen oder im Gerichtssaal gesprochen. Erst nachdem David alles so gemacht hatte, wie sie es Gott geschworen hatten, erhörte Gott die Gebete für das Land. Herr, im Namen unseres Landes suche ich dein Angesicht. Sei uns gnädig. Bitte hilf uns, ein Land zu werden, das dich ehrt, indem wir unsere Eheversprechen halten und dem Gericht die Wahrheit sagen. Herr, wir bitten dich, erhöre unsere Gebete für unser Land. Ich bete, dass sich unsere Nation dir wieder zuwendet, dass dein Name geehrt wird, dass dein Reich kommt. Noch ein Gedanke meiner Frau. Herr, im Namen unseres Landes suche ich dein Angesicht. Apostelgeschichte 8, Verse 39 bis 40 Der Geist Gottes nahm Philippus fort. Philippus fand sich in der Stadt Aschdott wieder. Ich bin mir unschlüssig, ob es spannend, furchterregend oder einfach nur praktisch wäre, in dem einen Augenblick hier in unserer Gemeinde in London und im nächsten Moment in Brighton zu sein. Das erlebe ich nur, wenn ich beim Fahren mit dem Gedanken ganz woanders bin und mich plötzlich an einem völlig falschen Ort wiederfinde. Ich bin mir da. Ja. Vielen Dank.